Sie werden in Stücke gerissen. Natürlich, aber die zivilen Captains reden sich ein, sie könnten das Massenportal rechtzeitig erreichen. Hoffentlich kann Chorus diese Narren davon abhalten, dem Gath ein so leichtes Ziel zu bieten. Die Gath haben sich verschanzt. Ich hab wahrscheinlich keine guten Nachrichten. Diese Gefahr bestand immer. Sie trifft keine Schuld, wenn Sie mit leeren Händen zurückkommen, Commander. Ich empfange nur Rauschen. Chorus ist wohl in Reichweite eines Störturms abgestürzt. Schalten Sie ihn aus, um Kontakt herstellen zu können. Seien Sie vorsichtig. Die Gath haben vielleicht am Turm Sicherheitsmaßnahmen hin. Zen? Admiral Zen? Das dürfte die Sache interessant machen. Das werden wir bald wissen. Bringen Sie uns zum Turm. Wir werden beschossen. Die Gath haben neben dem Störturm Flugabwehrgeschütze installiert. Wir müssen sie zu Fuß ausschalten. Sind die Geschütze weg, schalten Sie den Turm aus. Jawohl, Commander. Ich setze Sie hier ab. So, meine Damen und Herren. Mein Volk war jahrhundertelang im Exil. Da müssen wir hin. Tschüssi. Ähm, gut, dann geht's los. Auf Sie mit Gewrill. Ähm, so, mal ein bisschen ruhiger wieder reden. So, rein. Schrein. Schrein. Ähm, heppala. Oh, jetzt aber rein. Oh, jetzt geht's da. Oh, Hilfe, 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 Hilfe. Ich werde angewurzelt hier. Wurzelhaini da. Da, tschüss, seine. So, der ist schon mal kaputt. Naja, so weit ist sie auch nicht gekommen. Au. Eine Javelin. Bewaffnung ändern. Snipergewehr. Nehmen wir doch mal mit. Wo ist das gleich mal aus? Ich weiß nicht, wie macht es so aus? Wir testen das einfach mal. Wenn es nichts ist, dann haben wir richtig gehabt. Gäß und Hons. Achta. Oh, mal hier. Da, da. Oh, nein. Mann, 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 Mann. Das ist krass. Oh, ja. So. Den haben wir auch. Äh. Ne, darunter geht's nicht. Gut. So, wie lange geht's weiter. Munition mitnehmen. So. So. Da werden Gäste abgeworfen. Au. So. So. Äh. Haben wir sie alle? Ich habe keine Ahnung Mal hier so durchgucken, durch die Wand Scheinten wohl alle tot zu sein Wir schauen mal wieder weiter Was wird denn? Hört nicht so aus Gut Schuhe zur Mention Mention ist immer ganz gut Kann man nie davon haben Flugabwehrgeschütze, direkt vor uns So Hoppala Man, man, man Kann nicht sein Aua Ah Witzig auch Wird gemacht Wird gemacht Jetzt muss ich mal hier Glaub ich Warte mal an, ne Warte mal an, ne Hören wir mal auf, um zu schießen, hier Oh der Oh der, 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 der Steckt unten Gerade Äh, ja Äh, ja Ich bin wieder nicht Davor Ob der nicht weg ist Oh Mann So, der ist schon mal weg Mann, 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 Mann Anscheinend hat das Geschütze eine Steuerkonsole Sehen wir uns die mal an Einer von uns muss die Flakgeschütze ausschalten Tali, das ist ihr Job Kein Problem Kein Problem So, Tali macht das Und wir machen in der Zwischenzeit Weitere Gästmetzelheiten Cover? Keine Ahnung Komische Waffe Komische Waffe, aber eigentlich ist es gar nicht Wichtig Glaube ich Ah, dann kriegst du Wanner Nicht immer mal drücken Sooo Man hat es Man hat es Sieh dich Ich bin schief. Ich bin schief. So, das ist toll. Na. So, Schluss mit Lust. So, was haben wir hier noch? Jetzt gehen wir mal da rum. Da lag was. So. Oh, schon 34 jetzt, ja? Alter, sind die, ne? Oh, kaputtfeuer. Da lag ich noch was rum. Ersatzteile bergen. Nachladen. Sie haben meine Nachricht empfangen, habe ein Notsignal gesendet. Es gibt keinen Funk. Sind Sie Soldat? Wartungspersonal. Dawn hatst. Ich säubere Maschinenteile. Können Sie mir sagen, wo Saal Khoris ist? Er sucht nach Überlebenden. Sie können ihn anfunden, wenn Sie den Störturm offline kriegen. Wir finden ihn dort. Versprochen. Bitte. Hören Sie mir zu. Die Zivilflotte will diesen Krieg nicht. Wenn es eine Chance gibt, dass Admiral Khoris uns lebend hier rausbringt. Und sagen Sie meinem Sohn. Sagen Sie, Iona. Dass sein Vater es auf die Heimatwelt geschafft hat. Das werden wir. Ohn Sie sanft, Dawn hatst was, Runoff. Auf zu diesem Turm. So. Der ist bereit. Und ich habe wieder Prüfung, die Grenzpunkte erhalten. Wie immer. In die Richtung. Ja, in die Richtung. So. Also so ein Update. So. Jetzt gehen wir erstmal nach da. Und machen diesen blöden Turm dahin kaputt. Ich denke mal, es werden getröft. Ich glaube, es werden getröft. Ich werde es auch auf alle gestern. Ich glaube, es ist der Blut. Au, 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 au. Alles klar. Puh, ey. Der tickt doch nicht mal ganz sauber in die, glaube ich. So, jetzt ist es, oder? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So, heilen, heilen, heilen. So, heilen, heilen, heilen. Sehen wir uns die Steuerung des Geschützes an. Wir können es bestimmt deaktivieren. Okay, schauen wir uns das jetzt mal an. Wer soll das Geschütz übernehmen, Shepard? Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. Sie macht das Geschütz und wie gehen wir uns? Sie sollten das Geschütz bemannen, Shepard. Ja, will ich nicht gerade auch. Aber jetzt kommt das Razzis einfach weg. Das Razzis einfach weg. Das Razzis einfach weg. Aua. So, wegsignet die Farben. Die ist auch weg Erledigt! Das geschütztes Offline! Holen wir uns das letzte! Jetzt an der Tür! So, platzieren wir einfach mal durch Bis weg ist der Kram Bis zur Wecker Da ist noch was Wir haben noch mit, natürlich Wer soll das geschützt deaktivieren Shepard Gareth, das erlebt